Was geht ab Leute, Longplay wieder am Start und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz easy das Easter Egg Solo lösen könnt. Auf der Map befinden sich jetzt zwei neue Eingänge, einmal die Story Mission, der reguläre Eingang und der Dunkel Ethers, den wir noch nicht freigeschaltet haben. Um das freischalten zu können, müsst ihr erstmal in die Story Mission infiltrieren. Und da sind wir schon in der neuen Zone, Inside City. Ich zeige euch mal auf der Map, welche Punkte ihr abrattern müsst. Das ist einmal hier auf dem Schiff, dort befindet sich ein Siegel. Dort oben auf der Kreuzung und wenn wir einmal runter gehen, dort mitten im Wasser, in der Mitte, befindet sich ebenfalls ein Siegel. Die Siegel droppen nämlich Items, die wir für das Easter Egg unbedingt benötigen. Fangen wir mal mit dem Schiffswrack an. Ich bin nach hinten hinweggelaufen zum Werbeplakat, bin dort die Leiter hochgeklettert, anschließend noch eine Leiter hochgeklettert. Und dann müsst ihr rüberspringen aufs LKW, vom LKW zum Container. Passt auf, dass ihr nicht runterfallt, ansonsten müsst ihr das nochmal machen. Und wenn ihr ein Stückchen weiter lauft, dann müsste irgendwann das Siegel zu erkennen sein. Das befindet sich genau dort an meinem Standort. Für diese Mission braucht ihr lediglich eure Fäuste. Heißt also, solltet ihr eine Zweitwaffe dabei haben, müsst ihr die Zweitwaffe zwingend droppen. Anschließend aktiviert ihr das Siegel, wechselt zu den Fäusten und wartet einen kurzen Moment ab, bis genügend Zombies gespawnt sind. Anschließend nehmt ihr euch den Insta-Kill und vermöbelt alle Zombies, bis ihr das Ritual vollendet habt. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann müsste es so aussehen und ihr müsstet euren ersten Gegenstand bekommen haben, nämlich die Kampfhandschuhe. Das einzige, was ihr jetzt nur noch machen müsst, ist, ihr müsst erstmal mit der Starry-Mission fortfahren. Denn in dieser Reihenfolge ist es eigentlich am besten, die Easter Eggs zu erfüllen, denn alles liegt eigentlich auf dem Weg. Hier bei der Mission ist es wichtig, dass wenn ihr hochgeht, ihr wirklich alle Zombies auch tötet. Denn ihr müsst erstmal ein Notsignal finden. Dieses Notsignal befindet sich links dort auf dem Tisch. Das kann man gleich vielleicht nochmal ganz kurz sehen, aber wie ihr seht, es spawren immer und immer wieder Zombies. Und diese Zombies, sie müssen zunächst getötet werden, bevor es mit der Mission überhaupt weiter geht. Anschließend ploppt es auf, dass die Mission erfolgreich beendet wurde und ihr euch zum ACV begeben sollt. Auf dem ACV drauf könnt ihr eigentlich die ganze Zeit drauf bleiben. Im Prinzip könnt ihr euch eigentlich hinlegen und die Fahrt einmal genießen. Ein Stückchen weiter kommt ihr zu einem Drohnenturm. Wie ihr seht, da wurde EMP ausgelöst. Geht zum Drohnenturm hin, erschreckt euch aber nicht, denn es erscheint ein Mimika, ein Boss-Mimika, den ihr besiegen müsst. Ich gebe zu, hier in diesem Fall eine Schrotflinte dabei zu haben, ist gegen diese Bosse eher kontraproduktiv. Denn das Problem ist, wenn EMP einmal ausgelöst wird, könnt ihr mit der Schrotflinte nicht weiter schießen, was ihr mit der MP oder mit dem Sturmgewehr jedoch könnt. Die Lockwood 680 macht trotzdem dennoch einen wirklich sehr guten Schaden. Und am Ende müsst ihr selber wissen, welche Waffe ihr mit reinnehmen wollt. Und wenn ihr dann mit dem Mimika fertig seid, geht zurück zu eurem ACV, stellt euch wieder drauf und wartet einen kurzen Moment ab. Und wenn ihr hier an diesem Spot angekommen seid, dann wird es Zeit für das nächste Siegel, was sich dort hinten im Wasser befindet. Irgendwo hier im Nebel, ach da, dort befindet sich ein Siegel, genau an diesem Standort. Und hier bei diesem Siegel ist es wichtig, dass ihr eine bestimmte Reihenfolge einhaltet. Fangt mit Napalm an, anschließend geht es weiter mit Kyrofrost, dann geht es weiter mit Tote Leitung und zum Schluss mit Hirnfäule. Und woran ihr das erkennen könnt, seht ihr jetzt gleich, es kommt ein Geräusch und das Siegel verändert ebenfalls auch nochmal seine Farbe, wie ihr jetzt in diesem Moment gehört haben müsst und auch gesehen haben solltet. Hier kann ich euch auch nochmal einen Tipp geben, ihr könnt theoretisch auch euch schon alle Modifikationen droppen lassen. Ihr müsst aber dabei vorsichtig sein, dass ihr diese Modifikationen nicht aus Versehen ausstattet. Denn wenn es so ist, dann hat sich das hier alles ganz schnell erledigt. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann müsst ihr eine Belohnung aufploppen mit dem Spiegel, mit dem zweiten Easter Egg Gegenstand. Und wenn ihr diesen habt, begebt euch zurück zum ACV, um mit der Story Mission weitermachen zu können. Insgesamt ist es hier in der Zone auf jeden Fall auch solo möglich, wie ihr seht. Es sind gar nicht so viele Zombies, es zieht sie schon etwas, aber es ist definitiv auch machbar. Ja, kommen wir mal zum Mall. In der Mall müsst ihr Sporen zerstören und diese Sporen, das sind insgesamt 15, die ich euch einfach so mal eingeblendet habe. Ich kann euch gar nicht genau sagen, ob die tatsächlich am gleichen Spot sind. Mir kommt das so vor, als wenn die Sporen an dem gleichen Spot wären. Ihr könnt mich da gerne korrigieren, könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich selber auch mal interessieren, ob es tatsächlich so ist. Ja, und wenn ihr alle Sporen zerstört habt, könnt ihr wieder zurück zum ACV laufen. Und an dem ACV könnt ihr jetzt erstmal auch nochmal eine Weile auf Fletcher warten. Ja, hier musste man tatsächlich ein bisschen geduldig bleiben, bis dann Fletcher kommt. Vielleicht müsst ihr auch manchmal den Weg für Fletcher freimachen. Ich weiß es nicht, warum es so lange dauert. Ist aber auch egal. Kommen wir auf jeden Fall mal zum nächsten Siegel. Dort lauft ihr nämlich gerade drauf zu, nämlich am Stadion entlang. Genau hier an diesem Punkt müsst ihr eigentlich nur noch geradeaus laufen zu dieser Kreuzung und dort das Siegel aktivieren. Ja, was müsst ihr hier bei dem Siegel machen? Wenn ihr das Siegel aktiviert habt, müsst ihr Headshots verteilen. Ja, mit der Schrotflinte natürlich wieder eine grandiose Auswahl, aber auch mit der Schrotflinte ist es ganz gut machbar. Und auch hier, wenn ihr alles richtig gemacht habt, ploppt eine Belohnung auf. Mit dieser Belohnung zieht ihr wieder zurück zum ACV und geht dann weiter in Richtung Endboss. Aktiviert dort das PNG. Im Prinzip ist das hier ein Durchhalteauftrag. Heißt also, es werden jetzt wieder ein paar Zombiewellen auf euch zukommen. Das sind tatsächlich mehrere Zombies, die hier auf euch zukommen werden. Deswegen achtet immer schön darauf, dass ihr auf Zack seid. Denn ja, wie ihr sehen könnt, die kommen von allen Seiten. Und wenn ihr da alles richtig gemacht habt, müsste das PNG sich dann selber zerstören. Und kurz darauf, nachdem Fletcher exfiltriert ist, spawnt der, ja, super Mangler Kravir, 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 Kravir würde ich sagen. Der Mangler, der stößt EMP-Schocks aus. Heißt also, was das angeht, ist die Schrotflinte wieder zu schlecht. Denn wir können nicht, dennoch nicht zurückschießen. Wichtig hierbei ist, wenn ihr nur eine Schrotflinte benutzt, haltet den Mangler auf jeden Fall auf Distanz und arbeitet aus der Distanz. Das könnt ihr mit der Lockwood 680 ganz gut machen. Und anschließend, ja, mit dem letzten Hit könnt ihr den Mangler töten und ihr erhaltet eine Belohnung. Eingolenden Gegenstand für das Event schon mal und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Jetzt müsstet ihr exfiltriert sein und diese Gegenstände habt ihr mit rausgenommen. Deswegen geht ihr auch genauso schnell wieder rein mit den Gegenständen und wir fangen direkt mit den Boxhandschuhen an. Denn ihr müsst nämlich nach unten, nämlich hier in dem Bereich F8. Dort befindet sich nämlich eine schöne Boxarena und ich kann euch schon mal sagen, ihr müsst boxen. Hier befindet sich die Boxarena, geht durch den Haupteingang durch, steigt in die Boxarena rein. Dort wird euch etwas angezeigt, das könnt ihr aktivieren. Anschließend müsst ihr drei dieser Boxsäcke boxen. Nummer 1. Ellenbogen zählt nicht, nur Faustschläge und anschließend vermöbelt ihr hier den Zombie, der hier in der Mitte gespawnt ist. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, erhaltet ihr die goldenen Handschuhe. Kommen wir mal zum nächsten Item. Perforiertes Zielübung macht den Meister. Das ist ein kleiner Hinweis für euch, dass ihr euch nämlich zum Schießstand begeben sollt. Dieser Schießstand befindet sich dort unten und dort fahre ich mal hin. Wenn ihr dort angekommen seid, lauft wirklich zum Schießstand direkt hin. Dort könnt ihr nämlich das Siegel aktivieren. Es werden verschiedene Schießplakate aufploppen. Die müsst ihr anschießen. Wie ihr seht, wechselt die Farbe von Pink zu Rot. Wichtig ist dabei, dass ihr wirklich alle Zielplakate mitnehmt. Denn ich kann euch sagen, ich habe ein bisschen länger dafür gebraucht. Denn ein Plakat beispielsweise befindet sich hier hinter dem Container, was man im ersten Moment nicht so sieht. Und das zweite Plakat befindet sich etwas außerhalb vom Schießstand, nämlich hier hinter. Wenn ihr da drauf geschossen habt, spawnt direkt darauf ein Super-Zombie, sage ich mal. Und dieser Zombie droppt euch anschließend das goldene Item. Kommen wir dann mal zum letzten Item. Für das letzte Item, das ist das Spiegel, müsst ihr hoch zum Friedhof. Dorthin, wo der Kollege sich da gerade befindet. Ja, wenn ihr dort oben angekommen seid, lauft zu dieser markierten Stelle hin. Und dort könnt ihr nämlich das Siegel ebenfalls aktivieren. Und was erwartet euch da? Ja, dort erwartet euch ein Zombie, der ja so gesehen unsterblich ist. Ihr könnt mit einem Messer ihn abwerfen, das bringt nichts. Ihr könnt ihn überfahren, ja, das bringt erstmal auch nichts. Aber irgendwann hat es dann was gebracht. Ah, ne, doch nicht. Es bringt auch nichts. Heißt also, ihr braucht eine Ether-Klinge. Und wenn ihr keine habt, müsst ihr im Chat einmal ganz lieb fragen, ob jemand eine Ether-Klinge dabei hat. Bei mir war es so, mir wollte niemand eine Ether-Klinge droppen. Deswegen zeige ich euch eine ganz andere Variante, nämlich dort oben. Ja, dort können nämlich Items gedroppt werden. Verschiedene Items tatsächlich. Welche Items das genau sind, es sind auf jeden Fall Munitionsmodifikationen. Und noch ein paar andere Items, die hier gedroppt werden. Im Endeffekt habe ich anschließend tote Leitung aufgehoben, habe auf die Zombies geschossen und damit konnte ich den Zombie-Boss eliminieren. Und jetzt müsste euer Inventar eigentlich nur noch aus goldenen Items bestehen. Heißt also, wir gehen jetzt nicht zur Story-Mission, sondern wir gehen hier zum Ether-Riss. Und wenn ihr dort angekommen seid, habt ihr wie bei dem anderen Ether-Riss auch schon vier verschiedene Sockel, auf denen sich Symbole drauf befinden. Hier beispielsweise befindet sich ein Spiegel drauf, heißt also, das Item mit dem Spiegel muss dort rein. Und das geht immer so weiter, hier beispielsweise die Trommel, die drauf muss, bis ihr dann alle Sockel besetzt habt. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann müsste das Portal erscheinen. Bei mir persönlich ist nichts erschienen, ich habe lediglich eine Belohnung bekommen. Andere sagen wiederum, dass dort ein Mimika spawnen soll. Ich kann es leider nicht bestätigen, bei mir ist es nicht der Fall gewesen, weshalb sich das für mich einfach erledigt hat. Ja Leute, und das war es auch schon zum Easter Egg. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, könnt ihr gerne kommentieren. Ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert vor allem auch die Glocke. Und verpasst auf jeden Fall auch nicht die Livestreams. Deswegen würde ich sagen, bis demnächst.